So, einfach auf Warteschlange. Game 2 meine Freundin. Warteschlange. Warteschlange. Hallo Zolas, Zuschauer. Barrier Heal Bot. Wir haben auf jeden Fall richtig... Wir haben richtig Bock zu fighten. Have fun, good luck. Und die Level 2 schießen einfach die Aritoten auf Level 2? Ja, ja. Ja, Level 1 meine ich. Habt ihr Bock auf Disco? Ja, Nunu. Kommt her. Kann ich mal Red Trinket dabei. Running in the 90s. Red Trinket in wahre Disco. Irgendwie kann ich nicht dancen. Oh. Was ist denn das für ein Dance? Das passt aber nicht zum Discofeeling. Sie hört mal an. Das ist kein Dance. Warst du hier ja schon besser. Ey, du tanzt... Aber auf dem Beat? Komm hier. Wo willst du anfangen? Wollt ihr jetzt Level 1 schießen oder was? Kann ich auch, wenn Johnny eh startet? Könnten wir die schon hier killen oder nicht? Ja, okay. Warum nicht? Ich komm von hier. Soll ich jetzt auch? Ja, guck mal was ich bot um. Ich glaub du kannst bot gehen oder? Nee, du musst du bot am besten. Na, glaubst du? Ich dachte wir sollten nicht trollen oder? Ich hab nur gepinkt. Ja, okay. Alter, das ist halt so dumm. Ey, dann komm ich nach Red Mitte mit W. Also ich hab eh von mir aus gar... Alter, was hast du mir da gegeben? All of the Frayals. Was hast du mir da gegeben? Okay, ich komm mal. Hast du diesen Schneeball schon oder was? Ja. Schneeball schon. Kommst du auf die Kurve? Ah. A what? Nice int. Ja, was? Ja, was soll ich da machen, ne? Ich bin Nunu. Entweder der Schneeball hintet oder er hintet nicht. Hm, das war jetzt kontraproduktiv. Ja, gut. Sie hat keine Thumbs. Sehen wir's positiv. Wäre kein Heal, kein Flash. Das ist ja irre. Hätte ich witzig gefunden, wenn die Vaniers Barrier gedrückt hätte. Jo. Ich hätt's gemacht, wenn ich. Ja, same. Und da irgendwo Java gestartet hat? Put. Äh, hier ist fertig. Ah, der wird am Blue sein. Ich komm einfach gleich nochmal in der Mitte, wenn du... Oh, das geht schon. Soll passen. Doch nur E, dann kann ich auch so ganken. Weil ohne E hab ich halt... Ach, ich kann die auch einfach anflashen für E. Ja, Grump holen, dann kann die Mitte easy kommen. Jo, jo. Das ist nicht geworden, nicht geworden. Also da wird nicht so viel gehen. Davin top? Ja, wer meint? Ich hab kein Wort. Davin ist top. Fast. Er läuft mitte? Oh, close. Er läuft mitte? Wenn wir die Tour wie tun? Nee. Kann auch die Blue draufflashen gleich, wenn die ein bisschen vorkommt. Für mich, dass wir die Tour... Also ich weiß nicht... Wenn du willst, glaube ich 3 warten. Ja. Ich komm einfach. Ich glaub wir können die killen. Oder 1-2-2-2. Ja, meinst recht. Wir können auch jetzt die Freezen jetzt mit dir hin. Ja, mach. Ähm. What? Als ob das nicht gehittet hat. Verarsch mich nicht. Hä? Oh, der ist hier irgendwo, der ist hier irgendwo der Javan. Mein Schneeball war voll auf der drauf. Hast du das... What? Ja, das sah nach dem Hit raus, aber... Das sah übeln an dem Hit aus. Da fuck? Ja, gut, ne? Sieht natürlich jetzt für den äußeren Betrachter... Können wir meinen, er kann den Chap... Sieht das so optimal aus, was bis jetzt passiert ist. Ist der Javan runtergerannt? Nee, der ist dabei auf Toren. Ja, der ist wahrscheinlich... Der ist unten noch, Mitte. Weißt du, Wölfe werden von hier schon gehittet mit dem Schneeball. Aber die Ari wird nicht gehittet. Ja, wahrscheinlich die Hitboxen sind auch anders, oder? Wird Champs? Kann ich mir vorstellen. Weiß ich nicht. Wir spielen jetzt zum dritten Mal. Aber das wird schon. Ich spiele auch nicht AP, keine Sorge. Gilt Hank. Warte. 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 Und hat noch alles zu töten, Alter. Hallo. Ich hab halt immer noch ihren Pott, ey. What? Ich hab halt schon... 12 Qs oder so. Ich hab jetzt Prell. Ich kann bitte jetzt einfach runterrenschen, wenn du die Kette triffst. Ja, ich kann die treffen, aber... Aber diesmal hätte ich auch den Schneeball, ich schwöre. Du bist jetzt auch nicht so ganz überzeugt davon. Ich schaffe das, ich schaffe das, ich renne. Okay, aber wo ist sie denn? Ich hab ja keine Ari. Nein, wo ist sie denn? Wir können Hardpush und Resetten, dann kannst du... Wo ist sie denn? Warum ist sie denn da oben? Ich würde am liebsten noch warten, bis ich Moby Boots hab. Wie viel raus hast du noch? 250 Toll. Oh, ich geh halt. Ich hab Schleber erst in 6. Können wir die Javan abpacken? Ich bin Um. Ich bin Umunterprende. Aber ich kann schon kommen. Okay, passt. Ich hab selten so viele Gangs. Komm nochmal bitte, ich komm nochmal bitte. Ich komm nochmal bitte. This time, we will do it. Disgusting Player. Der tat er's. Der tat er's. Ja! 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 Habt ihr sie nicht getötet? Alter. Jungs, jetzt... Doch, ich hab's. Oh man, Jungs, das wird echt schwierig, wenn der so rein trollt. Oh, fuck, Alter. Oh, die haben ja gefreespotten. Scheiße. Jetzt ist es aufgefallen, wir werden schon nach 22 Uhr, Alter. Eine Vermieterin gilt nicht. Warum hab ich Nunu gepinkt? Ja, echt, ja? Hab getrollt. Wow. Kevin, was soll man machen? FF? Was ist das denn? Boah, ich hab echt keinen Bock auf ein drittes Game, Leute. Ich auch nicht. Okay, ich... Ja, toll! Ja, was soll ich sagen? Ich dachte, das geht. Das haben wir schon. Merkt halt. Da kriegen wir hin, vertraut mir. Da fehlen wir schwer. Der Schaden, Alter. Ist Polzola? Ja, wirklich. Ja, wirklich. Oh Mann. Goll. Können wir aufhören? Scheiße. We got a problem. Kuckuck. Alter, ich bin zuerst. Kannst du nicht freezen? Sicher. War echt nicht mit dem E gerechnet Scheiße. Neuer Champion. Nee, aber irgendwie dachte ich mir so, ja, jetzt bin ich raus. Und dann trifft der E. Und ich so, oh. Na gut, die Wave würde ich nochmal gut reinfreezen hier. Käpt'n an Schaltstation. Wir haben ein Problem. Kevin, mach das mal für uns. Kevin, carry immer bitte. Wir brauchen was für die Moral. Die Barriade, der kann damit rechnen. Ich? Nee. Nee, stimmt das recht. Ich hab den einzigen Kill im Team, ja? Wollte ich nur mal kurz so sagen, ne? Das macht sich besser. Immer wenn Tim trolle ist, warst du Tom. Danke Kevin, Alter. Immer wenn ich trolle, seid ihr aufgeschmissen. Dann wirst du zu Tom. Ja, bist ja auch Jungler. Dein böser, dein böser Zwillingsbruder Tom ist wieder am Treuen. Ja, ich komm, ich komm. Okay, tschüss. Aber auch noch. Hat die Flash? Ja. Warte, wie du die Kurve nimmst. Wie du die Kurve nimmst. Die Holwacht, die Holwacht, die Holwacht. Der hat Mitte trainiert. Guck mal, ist doch nur für den Shutdown. Nur dafür sind er doch gestorben. Ich hab Tom weggekickt. Ich hab Tom weggekickt. Ich hab die Reifen aufgewärmt in der Mitte. Jo. Wie bei Formel 1 zu machen. Das ist ja ne allererste Testrunde seines Lebens. Ich hatte grad kurz nen Boxenstopp. Jetzt gehen sie in die Mitte. Ja, das ist Poppy, das ist Poppy. Nee, das ist keine gute Idee. Bitte gehen. Okay, wenn du das sagst, geh ich erst recht dahin. Dein Unterschirmögen glaube ich nicht. Auf die Fläche, bitte. Ich kann auch den B canceln, ne? Mann, Tom, ey. Ja, ja, ich weiß. Ich bin eben hier einfach in den Busch gebeten. Ich muss mal 8,5% auf dem Master Level, Alter. Hier? Komplett die Handbremse gesucht. Schöner Drive-File. Nee, schön war hier nicht die. Tokyo Drift, Alter. Kannst du bitte kommen kurz schon? Jo, ich komme. Ich werde jetzt die Ultima predikten. Persichtig. Oh nee, was ist jetzt schon wieder passiert? Nichts. Nein, ich bin tot. Junge, Tim, Johnny. Tim, Johnny, warum ich denn jetzt schon wieder? Mann, geht. Hätten wir mal Ari gebannt. Kann einer Clowns-Mucke anmachen? Die ist schon links an. Okay. Halt sich automatisch. Kommt die Poppy da nicht hoch? Hm, Maxim und Ice schon so Monka-Asch. Ja, komm, ich komm. So geil nach Hause, die ging jetzt nicht so gut. Und dann so, uh. Oh, die Kurve hat Bremse. Oh, what? Ari kommt doch. Oh nein. Da? Ari ist gleich top. Der hat keine Ovid. Da ist sie. Javan ist auch da. Der ist ja mega squishy. Haben wir zu sechs? So D-Wave, Midis und den Cannon. Ich hab ein bisschen Schiss. Ich glaub der Javan ist topside. Nee, der ist da gerade gewesen. Junge, nur noch mehr. Ich bin so ein Müll-Champion. Alter. Alter. Der hat halt tatsächlich schon gut und genau gesehen. Der hat richtig rasiert er. Echt? Ja. Führerweise. Ich bin so auf jeden Fall gelter. Der ist ja Matisse und Lono. Javan nur an der Seite. Und jetzt. Exekutiert. Okay. Lass mal hier kommen. Mach mal kurz. Zeig mal. Ich hab der läuft oben lang. Mach mal in Pinkbock. Machst du? 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 Ich glaub die haben kein Wort. Geh rüber. Du bist aber. Du bist dann. Du, 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 du. Du, 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 du. Zeig du, 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 du. Geht für Vayne. Das ist einfach. Ich mach Predator an und rauf. Ich drauf. Los. Hi Jungs. Rauf mal rauf Jucke. Äh. Der troll ist so hart. Alter. Die Ari habe ich jetzt nicht erwartet. Die ist über zwei Wurzgelaufen. Ja. Ich habe ja keine Minimap. Die habe ich jetzt aber auch nicht erwartet. Was hast du Kappa drüber? Ey. Sorry Jungs. Könnt ihr nicht da andere Lane einfach inten? Die habe ich jetzt aber auch gar nicht gesehen ey. Ich weiß ja nicht warum die schon 3-1 war. Sorry. Ich weiß auch nicht wie das passieren konnte. Mit dir fiel jetzt so hart. Ich kriege die Hand tatsächlich. Es freest hier meine Lane auch noch. Ich gehe direkt AFK. AFK? Nee doch nicht. Es war ein bisschen hart. Sorry. Guckt euch das an. Das tut auch weh. Weißt du was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt einfach top lane und schnomm mir das toller Gold von Kevin. Achso. Achso. Jarwin hier. Falls wer wieder Map aus hat. Danke. Was heißt hier? Wo? Wo? Ja. Denk doch mal zu Ende. Beim Red Buff. Ihr läuft Mitte. Mann ich habe so viel Verlust. Johnny ist gerade stehen geblieben. Naja das ist gut. Ich hatte keinen Knall. So. So. Das ist ein bisschen stängig. Hier war immer noch ein Jarwin. Ich kann mit diesem hier nichts anfangen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Alter ich kann mit euch allen nichts anfangen. Wow. Eins, zwei. Komplette Intung hier. Aber wenigstens kann ich mal wieder mit Clowns Musik editieren. Da freue ich mich schon drauf. Jo. Auf dem Fall. Wir können das auch noch schnellen. Kannst du bei Tim bitte. Übelst du. Kann sein das Ari in den Top kommt. Kannst du bei Tims Gangs einfach immer so Reifenquietschen einspielen? Jo. Oh die ist schon hier. Sorry man. Dann kommst du da noch weg. Gar kein Problem. Das ist ja ein netter Schaden. Kannst du mal Worten so noch? Nee. Okay. Wannst du denn? Na gut 3er Vision Square reicht auch ne? Danke. Und hier. Kommt da. Ich komm dort. Komm doch auch angerollt. Kannst du die Lulu ulten? Ja. Okay. Schade. Hey, jetzt geseitste. Warum lacht der da jetzt? Komm mal. Ich könnte immer noch Johnny sagen. Auf die Wehen. Oh da kommt auch noch ein Eisball. Dann soll mal einer sagen. Nunu ist nicht useful. Guck mal wie ich das gedacht hab. Geil. Das war die erste Lulter Besten. Alter, der hat's gesightertert die Schnauze! Ich hasse euch alle. Man Drachen, ja. Der nimmt einmal die Pick-Band-Phase nicht auf, ne? Ja, als ob jetzt das Achi ist. Und nicht so reinlaufen im Turm Level 2. Das kann dir mal passieren. Ach, mein Turm in First Backup willst du jetzt nicht haben, Kutscher. Dafür bist du dir zu fein. Scheiße! Ich hab extra gewartet, bis du welches bist. Komme! Warte, du willst den Blue? Bin Nunu! Für dein Leben! Oh, hat der Red fast der Red auf. Oh, da fähre ich so entschuldigt. So eine Leblom mit 5 Assists, das sehe ich nicht selten an. Ich versteh auch nicht, warum ich 7 Kills hab, anstatt nur einen. Ich hab 4. Ach dann! Ari miss. Amis haben wir das ab? Ja, Ari. Boah, ich geh lieber mit Kevin runter, Alter. Ey, guckt sie einen hier! Nichts! Außer ich! Hat doch Solo einmal oben. Was denn? Keiner pingt, außer ich. Warte. Ne, die Uses ja nie. Ja, ja. Pass ab! Rainer hat auf jeden Fall geflasht. Okay. Alles gut, tschüss. Lass mal da hin zu Tim. Müssen wir ja. Jetzt hör mal auf, die so zu disrespekten, du Spacken. Was denn? Ja, was soll das denn? Wer hat ne Tilt gekriegt. Kevin. Ah. Gebt die hier rein und dann auch noch dancen, Alter. Kevin Summoners Ping. Das ist doch kein Disrespect. Er hat eigentlich nichts. Ach, scheiße. Die Ult, die Ult, die Ult. Wenn das wirklich nicht machen, Tim wäre es der Erste, der tilten würde. Komme. Aha, die hatte schon Blaine auf. Stimmt überhaupt gar nicht. Was lauerst du denn jetzt? Ich bin mir sicher. Nein. Wollen wir den Harold? Ne, haben wir nicht. Wäre der Zweite. Sola wäre der Erste. Nee, Johnny wäre der Erste. Tatsächlich. Bei BM, da würde ich ganz freuen. Ich wäre auf jeden Fall der Erste. Ich wäre auf jeden Fall der Erste. Ja klar. Okay, warte. Reicht nicht ganz, Johnny? Geht mal Harrod machen. Das reicht nicht? Nee, aber ich approve das auf jeden Fall der Erste. Ja, lass mal Harrod machen. Ja, oder wir gehen rein. Lol. Aber den Ball nehm ich mit. Wollte grad sagen, der fährt noch weiter. Okay, ich geh rein. Ich mach noch Damage, ja. Ja, eine Q auf Ari. Da kommt gleich auch noch ne Vayne wahrscheinlich. Das ist irgendwann auf Ari. Da ist doch ne Lulu Ult noch, ne? Nur so zur Info. Oh, das ist gut. Ich hab sie getroffen. Ich kann das noch tanken. Jetzt nicht mehr. Oh. Danke Jungs. Bibi. Aber noch was hier auf die... Wegen? Ich hab noch mal Neuse. Den hast du jetzt gar nicht verstanden gegen meine Nunu Pig. Ich auch nicht. Und die sei doch nicht so. Die will doch auch nur farmen. Die wird nicht gefahren. Die wird nur gesaußt. Die heißt der Champ von Kutcher von Chit. Adolf Hitler. Warte mal. Was? Warum fappen nur ne fucking Top Wave? Ist es dein, hast du steht da dein Name drauf? Ja. Ja. Oh, scheiße. Sorry. Alar auf Bot. Sorry, ich bruch das Item. Die holen wir uns. Gerechne dich. Oh, die Lulu, die ist so saftig. Warte, ich treffe. Hat ja keiner Ult noch. Pass auf. Uiuiui. Ich bin tot. Hab geintet. Sag doch, dass die Ult ready hat Kevin. Ein Pink noch. Das war das Problem. Ja, schon. Sonst will ich doch noch easy raus. Ja, kein Ult. Boah, noch zwei Stacks für meinen. Na gut. Ja, da oben. Wie soll ich mal langsam das Ding hier holen? Ja, da bin ich auch gerade hingelaufen. Das war glaube ich eher so ein Zufall. Ach, Mann, oh. Der war gar nicht so weit. Ich bin topside gerade. Nee, du. Ich bin mit Butter. Guck mal, du hast top, was für eine Farbe kommt. Das ist meine. Mann, oh. Ja, da bin ich da ein bisschen rennen. Ich hab mich ja auch schon. Oh, lol. Lol. Warte, lass den mal. Warte, lass den mal. Ich hab geintritt. Ja, wir reden alle. Komm, ich komm, ich komme. Hier, Lulu. Oh, oh. Oh, oh. Alle Tunnel wischen, alter. Oh, fuck. Ich hab da so ein bisschen alleine noch. Oh, ah. Jungs. Können wir das jetzt unangenehm bezeichnen? Käse. Nice. Mu. Foud. Können wir das machen, oder? Ja, ich komm auch noch. Davon ist nämlich low. Low? Wie low? Low? Wie low? Tod low. Ha, diese Top Wave, die hat sich irgendwie selbst genommen. Mann, da hat Ari leider Flash W gedrückt, Schade. Eine Million Damage. Äh, kommen die? Hattest wir gesehen? Nee. Damn, die Slutshot ist sofort cool, Schade. Ja. Den find ich gut. Den find ich... Hammer. 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 A, A, Doppel. M, R, Hammer. Yeah. Riecht nicht ausdruckslos. Bis auf dich gibt es keinen mehr. Nein, nein. Hammer. So, wie kann unser Jungle eigentlich den Elber Vision Score haben? Keine Ahnung. Verstehe, hier ist nicht das Problem. Ha, ha. You can see the score. Oh my god. Impressive. Das tut mir leid. Ich treu dich! Wer atmet gegen meinen UNO Pick! Ich bin gigastrung gerade. Untot. Oh, ich guck ja wirklich nicht. Ich bin gigastrung. Ihr könnt ja nicht, also ich mein, die Mord-of-Pilze, die Ari hier reingehört, kriegt es zwar den Zähn. Ja, aber ich stand hier neben dir. Ja, aber ich hab, es stand halt so vier Leute neben dem gefühlt von uns und ich guck einfach nur auf die Gegner, so auf mein Bildschirm, hab mich gar nicht auf dem Bildschirm. Hätte unser ADC mal einen besseren Vision Score. Das war schon witzig. Wir verlieren das halt wirklich. Reise. Das war extrem witzig. Jungs. Jungs. Hat die Poppy weh das interruptet? Eine? Nö, die hat einfach rausgekammelt. Was soll'n das jetzt hier? Poppy is low. Können wir hier gucken, ob man go machen kann? Ja, können wir. Komm, 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 komm. Oh, lord. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm Komm. Komm, komm. Nesh. Ja. Ich bin grad hier mit meinem Schneeball gegen die Wand gelaufen. spiel so lang nicht bei spinn sieht man dass ich am gameplay okay dann nicht die agil 1122 so mein motor ist jetzt auch an hier um drei levels über dem jahren ich weiß es auch nicht ich weiß es auch nicht jetzt wenn ich in loll trolle krieg irgendwie so wie jetzt wirklich drogen nehmen oder so die kommen alle weiß was gemein ist nicht irgendwie das ist glücksspiel hier zuverstehen was auch noch was auch schon ein bisschen weil so schreien oh hier die poppy können wir die abfangen johnny ja ich komme ja ruhig spiel das ruhig bin top schon saftig ich kann die poppy glaube ich one shot und wenn da wieder raus ist hier oh manno ne der fährt gerade hier runde oh scheiße hat die arya noch nur old stack ja die hat noch old helder die poppy hat mich vollengaged komme und da hat die noch irgendwas alle nichts mehr alter der damage schon nett oder was ist denn mit ihm los lass mir doch mal ein kill ja das muss man auch mal gönnen wird ihm aber eine kill oder klar aber keinen nur bitte ne alter dort 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 ich expecker gg 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 w champ нап us we gg gg gp